Die Reformed-Villains Okay, wir werden gesucht, ne? Die Belohnung ist 100 Dollar. Ich glaube, da sind wir noch safe. Ja, also ich habe jetzt nicht alles gelesen in der kurzen Zeit, aber über den Fernseher hat uns scheinbar jemand beauftragt, Dinge zu stehlen, weil er selber irgendwie vielleicht finanzielle Probleme hat oder ausgerauft wird. Und scheinbar haben wir ein Zeitlimit, um die Dinge zu stehlen. Und wir haben auch nur eine bestimmte Anzahl Leben. Also, genau. Wir sind also zwei Diebe. Was waren es? Mobo und Robo? Genau. Ich mache hier mal die Leben. Auf sieben, ja. Also, ich habe das Spiel noch ein bisschen in Erinnerung. Ben kennt es wahrscheinlich gar nicht. Doch, ich mag es ein bisschen. Okay, okay. Ich glaube, es hat fünf Level im Ganzen nur, aber es ist trotzdem schwierig. Schwierig, genau, die fünf Level zu schaffen. Schmal. Ja, dann schauen wir mal. Ja. Ja, wir schauen eins. Bank. Wir rauben die Bank aus. Wieso nicht? Kann man mal machen? Ja. Kann man mal machen, meint er. Okay, dann mach mal. Okay, diese vier Dinge müssen wir stehlen. Ist jetzt für eine Bank vielleicht nicht ganz so typisch, aber... Drei Dokumente und eine Diskette. Okay. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Locker. Water. Cool. Okay. Ich bin der grosse, dünne. Ja, gut. Ich bin der kleine, dicke. Wow, du bist mutig. Oh, du hast schon was. Oh, oh, der kommt wieder. Okay. Oh, ich habe bei dir geschaut. Ich habe bei dir geschaut. Ich habe gedacht, ich sehe den ja nicht mehr, wenn ich weitergehe. Was soll das? Oh, der ist ein... Oh, oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich komme zu dir. Ich glaube, wir sind zu zweit besser unterwegs. Bei mir hat sowieso keine... Keine, äh... Oh, da ist einer runtergefallen. Oh, was machst du denn? Du hast schon dein Leben verloren. Sind die nicht tot, wenn ich sie treffe? Nein, du musst die immer wieder. Die sind nur... Das ist ein Spiel. Weisst du, das ist... Oh, pass auf, pass auf. Du kannst dich da... Au! Du hast mir gerade... Ich habe, glaube ich, deine Beute, ne? Ja. Ah, cool. Aber wenn du länger hoch... Ne, nicht. Oh, jetzt kommt der wieder. Wie kann man... Irgendwie, wenn man nach oben hält und drückt, dann... Oh, shit, shit, shit. Ah! Jetzt habe ich auch schon ein Leben verloren. Ah, du hast schon drei Leben verloren. Was machst du? Ähm, genau. Also wenn man länger auf dem Knopf drauf bleibt, dann hüpft man. Habe ich das richtig verstanden? Gucke ich mir... Schmeiss dem die Türe an. Wir haben alles. Nichts wie weg hier. Hüfte, Treppe, hier da. Yeah! Professionell! Ja! Yay! Ja und, wir hätten ja... Jetzt ist auch einfach keiner von uns die Beute klauen und sonst gibt es dann Ärger. Okay, Mr. Big's House, ne? Kommt jetzt als nächstes. Okay. Ich dachte, es gibt noch Bonuslevel. Und das, äh, ja, das müssen wir klauen. Ja. Von mir aus. Ja, was es auch immer ist, wir klauen. Challenge accepted. Oh, ah, das ist gross. Okay. Ich schmeisse dir mal die Türe an. Ich gucke nachher auf den Plan. Vorsicht, die Cola-Dose. Du solltest nicht einfach über die Cola-Dose rennen. Ja, ich gehe jetzt extra hier hoch, weil die Cola-Dose im Weg ist. Aber du kannst auch, guck, du kannst auch so hüpfen, wenn du ein bisschen auf der Tasse drauf bleibst. Oh, oh, oh shit, oh shit, oh shit. Ich habe nur ganz kurz... Hilfe, 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 Hilfe. Uh, der kommt nicht... Okay, gut, der kann nicht treffen. Was, was mache ich denn jetzt? Jetzt, jetzt guckt er da oben. Jetzt kann ich nicht mehr da hoch. Aber hier habe ich das jetzt... Du hast einen Wachlund und so einen Rechnerbund. Sehr interessant. So, sorry. Ich gehe jetzt hier noch hoch. Yeah. Pass auf, du bist bald tot Du kommst da nicht schon Der kleine Ticke ist zu dumm dafür Der kleine Ticke ist zu dumm dafür Ich habe da tierisch viel Ich verstecke mich dafür an der Wand Gucke auf der falschen Seite Und er sieht mich nicht So, Tür an die Fresse Gut Nächster überraschen, sehr gut Ich bin schon wieder unterwegs Leck Und hier hoch Der kleine Ticke hat das jetzt auch gesehen Aber man verliert kein Leben Also man verliert nicht jedes Mal Man verliert nicht jedes Mal ein Leben Wenn man blinkt Es kommt drauf an, was es ist Aber ist es da unten echt nicht durchgekommen? Ne, der Rechner war im Weg Ja klar ist da der Rechner Aber du kannst auch da drüber hüpfen Hui So Hui Hui Ich bin voll gut Und kann nicht durch die Tür durch Ja, ich habe schon lange kein Leben mehr Oder das letzte Leben vielleicht Kannst du jetzt ohne mich abhauen? Ich habe die ganze Beute Hast du überhaupt irgendwas dabei? Ne Ich habe alles Okay Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich muss hier wirklich warten Oh, 45 Sekunden Ja, auf das sollte ich auch noch schauen Ja, professionell So, ja einfach Ja, ihr habt gesehen Ich habe das super gemacht Oder so Und das ist der Moment Wenn ich merke Ich habe keine Ahnung Wann wir angefangen haben Mit dem Spiel Wie lange wir schon dran sind Das ist natürlich auch super Bonus Stage Okay Jetzt sollen wir einfach nicht In die Scheinwerfer kommen Dann Der kleine Dicke ist Ich konnte gar nichts machen Aber ich konnte wenigstens abhauen Ja Ich konnte gar nichts machen Ich habe gedacht Der Kuh Hüpft das Zeug einzahle Und er sagt Richtig In den Scheinwerfer Und ich so Ups Und ich gucke zwei Sekunden Okay, ich verbiess mich Du schaffst es jetzt mit dem letzten Leben Die drei Level oder so Die dann noch Ja, ja, die kommen Das war, naja Das war einfach ganz schön Ich war tatsächlich Ich schmeisse dem jetzt mal die Tür an So Jetzt weiss ich auch nicht Was ich gegen den da machen kann Ich verstecke mich da Da kommt der Ah Halt mal den Dicken auf Halt mal den Dicken auf Kannst du die anlocken Ich verstecke mich hier Wenn sie haben die Ja, okay Da ist jetzt aber noch einer Ja, jetzt bin ich tot Game over Ich bin im Knast Ich kann ihm jetzt zuschauen Kann ich dich wieder rausholen vielleicht Oh, look Schau mal Du kannst continue machen Get ready Ja, okay Der schiesst einfach mal drauf los Er weiss ganz genau, dass er mich nicht treffen kann Aber er schiesst einfach mal Hui Ich finde das Spiel total klasse Die Grafik ist so cool Und wie sie lachen Ich finde das voll geil Und vor allem, dass du den die Türe An den Kopf halten kannst Oh shit Oh, hätte ich doch noch ein bisschen gewartet Dankeschön Die Musik ist eigentlich auch lustig Oh, 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 oh Ah, jetzt hat er geschossen Ich verstecke mich da mal Oh, oh, oh Was hat mich jetzt gepreicht? Ich glaube, der hat mich gerade in die Luft gesprägt Was ist das? Oh, gar nichts Ich kann mal Ich komme dich retten Das habe ich voll vergessen Ich bin halt ein bisschen alt Ich dachte, ja, ich gehe jetzt weiter Und plötzlich so Hm, habe ich nicht was vergessen Oder geht zu einem Trampolin Oh, oh, ich gehe wieder runter Springe nicht Du schiesst am Oder was machen wir jetzt hier? Das geil ist Ich habe schon wieder null Leben Hui Ich habe Siegri fertig gemacht Ah, ich kann mich hier verstecken Hui Die Luft ist rein Kannst hochkommen Hui Sie schaut auch hinter den Tafeln verstecken Du springst hoch Oh, shit Oh, shit Ich komme hinterher geflogen Und die Kugel ist schon da Wie soll ich mich da verstecken? Die haben da einen Blinden eingestellt Um den Ausgang zu machen Jetzt schnell, schnell Wenn der wieder aufsteht Hast du ein Problem? Ja Nice Hast du alles? Ich habe alles Da kannst du einen drauf lassen Ich habe gar nichts Ja, okay Er läuft Ja, weg Vorne, weg Puh Du besichst da mal ein bisschen hinterher Ich habe eine Kleineren Der ist ja nicht so schnell Ja, gut Was auch noch dazu kommt Ist, wenn du stirbst Dann verlierst du deine Sachen Ja Und wenn ich dann gleich durchlaufe Dann habe ich sie halt bei mir Jetzt müssen wir schon sechs Sachen Aber wir bescheissen uns ja nicht gegenseitig Von daher ist das kein Problem Wenn einer alles mitnimmt Ja Sonst müssten wir das schön Fifty-fifty teilen Das wäre Mühsam Ach, okay Ähm Ich weiss nicht Müssen wir vielleicht beide Oder wollen wir zusammen versuchen Ich weiss nicht Wie es von der Seite raus schaut Wenn wir beide Am selben Ort lang gehen Wobei man müsste sie eigentlich Auch im Einzelspieler Schaffen können Ah Was hast du denn da gemacht? Shit Shit, 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 shit Deckung, Deckung Okay, er hat wieder vergessen Dass ich da bin Finde ich gut Ich finde das Spiel so geil Das könnte ich den ganzen Tag spielen Ich glaube es gibt sogar einen Port von dem Spiel Für Gibt es sogar einen für PC Oder für Handhelds Ich weiss nicht Ja Er wirft Er wirft die Bombe Bei sich hinein Und ihm passiert natürlich nichts Ich kann sobald ich kann Oh 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 Die können nur auf dem vorderen Auf dem vorderen Level angreifen Okay Hallo Oh shit Hallo Hallo Bruder Hui Nee, du musst warten bis er wieder läuft Dann kannst du ihn unterschießen Oh 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 Ah Ich bin nicht da Ich bin nicht da Du siehst niemanden Ah, Mist Es kommt ein anderes Hey, geh wieder hinter die Ecke Kleiner Ticker Ich kann nicht Ah Das ist doch ein blöder Ochse Komm mal Ja, komm noch ein bisschen weiter Oh Ja Oh Der kommt schon wieder Alter Nein Nein, 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 nein Oh scheiße Run Wir haben noch 50 Sekunden Scheiße Schalter, schalter Nimm den Schautun Ja Oh nein Bombe Oh Oh Okay 30 Sekunden Das wird knapp Au, da wird es knapp Au Ich hab sie Ich hab sie Weiter geht's Weiter geht's Weiter geht's 20 Sekunden Der Hund Der Hund Ich bin dem Hund Scheiss egal Shit, shit, shit Nein, der muss auf die andere Seite Der muss auf die andere Seite Oder so, oder so, oder so Ja, 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 ja Geh hoch, geh hoch, geh hoch Ja Ist er da Null? Hallo Okay Goldmine Warte mal, ich mach safe set Aber ich glaub, es bringt uns nix mehr Weil ich hab jetzt auch das letzte Leben Und ich hab schon beide Credits verbraucht Ja, du bist ein Asi, ne? Wieso bin ich ein Asi? Weil du die Credits aufgebraucht hast Ich brauche nur vier Sachen Ist sicher einfach Ist das das letzte? Ich denke, es hat nur diese 5 Null Ja, aber vielleicht bin ich Nee, ich glaub, es endet mit einer Pyramide Aber es ist keine Pyramide Von daher hat's vielleicht doch mehr als 5 Null Oh Wiii Kann man da Einfach zuschauen, oder? Wow Plopp Okay Wir haben beide das letzte Ich hab Hä? Wieso bin ich rot? Wieso bin ich still? Wieso Was? Wieso bin ich still? Okay, ich bin jetzt der blaue, kleine, dicke Ich bin jetzt der grosse, rote Wieso? Ich bin Okay, es ist irgendwie verpackt Ich geh hier rein und sparren Treppen What the fuck Moment, ich geh da wieder hoch, sonst Oh scheisse Oh scheisse Oh scheisse Scheisse Nein, ich bin weiter runter Nein Wo bin ich? Was soll das? Nein Das ist unfair Okay, komm, wir müssen das Neustart Ne, jetzt hab ich da mal einen Sack Ich hab auch einen Sack Ich geh immer weiter runter Nein No exit Du bist Game Over Ja Eigentlich ist er Game Over Nein Ich leb noch Nein, ich bin der kleine Dicke Aber du kannst jetzt nicht mehr Continue machen Doch Weil du ja noch zwei Credits hast Konnte ich jetzt Ah Hey, das sind meine Credits Das sind meine Credits Ja Aber wenn ich plötzlich für dich spiele Ja, muss man so im Leben eines Diebes, ne Muss man so mit solchen Dingen klarkommen So, ich mach jetzt hier einfach mal Dein Controller, mein Controller Oder so rum Und dann Passt das wieder Ich bin wie der Rot Der grosse Rote Ich bin wie der kleine Dicke Und wir sind ein Super Team Ich weiss zwar nicht, wieso der kleine Dicke jetzt da hochgeht Aber okay Er will nur nicht zu dieser Bucky Und sich vor der Treppe Warum sollte ich da nicht hochgehen? Jetzt bin ich Game Over Äh, null Credits Ist das vielleicht deine letzte Chance jetzt? Ja, sowieso Du musst du vorsichtig sein Das war meine Schüsse Oh, shit Das kommen noch andere Schüsse vielleicht? Ne, ich Manchmal schnau ich gar nicht, was mich da eigentlich hat Und was mich da nicht hat Ich soll mich jetzt hier nicht Was bist du da plötzlich? Scheiße Du warst vor dir gar nicht da Du warst mal zum Glück Du kommst da von unten nach oben Wo bist du hergekommen? Ich kann dich retten Scheiße, hier ist viel zu viel Scheiß Komm, lass uns weitergehen Ne, was ist jetzt passiert? Okay Okay Oh 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 Unsere Ah, jetzt Nein, nicht runter Ich wette, dahinter gibt es doch was zu klauen Ah, ja, ja Ne, der Wichser hat mich getroffen Jetzt müssen wir nur noch da hoch Du sagst, wenn ich dich retten Und so los Ich habe alles Siehst du noch, wie ich jetzt so die Kontrolle habe Oh Ja, ich auch Ich auch Aber wenn du jetzt diese Treppe nimmst Dann warte ich noch hier Und leg den Hund schlafen Und vielleicht den Polizisten noch Oh, das war ein blödes Timer Aber hat funktioniert Der Hund, der Hund, der Hund Gut, habe ich auch Oh Scheiße Hier geht es gar nicht durch Ach, hm Wir müssen hier lang Ja Ja, wir sind gut Professionell Gut, dann waren das die ersten fünf Level von Bananza-Brotes Machen wir mal die Bonus-Stage noch, komm Okay Das soll weiß ich nicht ins Licht gehen Ja, nicht ins Licht gehen, ne Okay Geh nicht Oh, sch Wie weit Die bewegen sich viel zu random Ja, sicher nicht Ich habe nicht voll den Raub Ich glaube, die hauen auf mich Ja, die verbrüllen nur mich Aber da war ich jetzt sicher schneller unten als das Licht Ach, klar Okay, Juwelierladen Ja, sehen wir das nächste Mal Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren Nicht vergessen Und teilen und was ihr auch immer wollt Tschüss Ja, und Bananza-Brotes gibt es übrigens auch auf Steam Wenn es jemand spielen möchte Es ist Ein Franken Ja Wenn es selbst Dann kann man das auch auf den PC zocken Das macht echt Spass Und ich denke Dann sind wahrscheinlich auch die Bugs weg Wenn man das auf den PC zockt Genau Und jetzt zurück Booh, 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 booh Booh, 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 booh Untertitelung des ZDF für funk, 2017